Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich heute mal mit dem Tom verabredet und wir sind hier in Darmstadt an den Trails. Ich war noch nie hier und ja, ich bin gespannt, wie es sein wird. Ich ziehe mich direkt mal um und dann geht es schon los. Ich bin ja schon umgezogen. Hast du das gerade gesehen? Heftig. Da muss ich mich ja gar nicht mehr umziehen. Kann ich ja schon direkt starten? Voll der Magier, ey. Okay, let's go. Ja, nice. Geht es da auch noch weiter oder? Ich glaube, momentan noch nicht. Das soll noch weiter gehen irgendwann. Okay, dann würde ich sagen, testen wir mal den oberen Teil hier. Jetzt nochmal fertig. Tom, möchtest du vorfahren oder soll ich vortesten? Du musst. Soll ich machen? Okay. Ist ein bisschen hippisch, ne? Ja. Sollte auf jeden Fall kein Hang-Up haben. Aber das wird schon hoffentlich nicht passieren. Na gut, dann teste ich das Ganze mal. Ja gut, aber immerhin bin ich nicht gestürzt. Egal, ich probiere es nochmal. Ich würde sagen, ich probiere den Teil nochmal, weil da war ich ja viel zu langsam. Aber so weit macht das Ganze ja richtig Bock. So, jetzt ist mein Kollege, der Tom dran. Ich bin mal gespannt, jetzt fährt er schon. Bist du bereit? Ja. Und go! So, jetzt geht's los. Ne, so nicht. Next try. Aber war doch schon mal für den Anfang ziemlich gut. Oder nicht? Ich bin halt komplett innen in die Kurve reingesprungen. Das war ein bisschen kacke. Weiter nach links springen. Geil! Überlegen die Leute, die essen hier im Wald rum. So, das ist jetzt sicher. Mit so einem Anschlag. Was hast du dir noch vor? Ich wollte einfach nur schnell runterfahren. Ja. 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 Eben waren wir nochmal bei der neuen Strecke. Jetzt sind wir bei den größten Sprüngen hier in Darmstadt. Und das wird wie gesagt auch wieder meine erste Testfahrt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich alles direkt durchgehend schaffe. und auch fließend. Das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Die GoPro ist auf jeden Fall an. Und ja, der Tom hält auf jeden Fall gut drauf. Kann schon losgehen. Ich bin bereit. So, Kamera filmt? Okay jetzt, erste Testfahrt. Ich muss sagen, es lief ganz gut. Ich hatte leider unten beim Doubbeln einen kleinen Pedalslip. Aber ich versuche jetzt weiter zu springen und es besser zu machen. Und ein Sprung war auf jeden Fall dabei. Den habe ich kleiner eingeschätzt, als er letztendlich war. Ich glaube, war das der? Ja, das müsste der gewesen sein. Der war auf jeden Fall in der Luft größer als gedacht. Aber jetzt fahre ich das Ganze nochmal. Oder war das vielleicht sogar der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das Ganze jetzt nochmal gemacht und viel besser als davor. Ja, erste Fahrt ist immer schlecht. So, wir sind mittlerweile zurück am Auto. Ich konnte heute einen richtig guten Einblick von den Darmstädter Trails bekommen. Es war ein richtig geiler Tag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Peace out.